Ich bin einmal tot! Ja, ja! Hey, liebe und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Mini Spiele. Wir spielen auf dem Backpack Club Server 1 gegen 1 Bad Wars. Und ratet mal gegen wen ich spiele. Nicht gegen mich, ich bin nur Schiedsrichter. Gegen den Onkel Tupi! Und ja, ich hoffe das klappt jetzt alles, weil momentan wird er hier am Server gewartet. Und deswegen lebt es. Genau, wir warten auf dem Server, genau. Deswegen sind wir auch gerade runtergebackt. Das ist alles ein bisschen komisch. Soll so nicht sein. Ne, nicht wirklich, nicht wirklich. Wäre auch erst komisch, wenn das immer so wäre. Ja. Ich bin noch nicht zum Lachen nach. Dann nehmen wir mal vier Schwerter. Haken. Ich habe jetzt Kacken verstanden. Hacken. Nicht Kacken. Das ist zum Kacken. Die vier Hacken sind zum Kacken. Ja, genau. Ich habe mein Bett jetzt extra nicht zugebaut, ne? Ich hoffe, dass es keine Endlosrunde wird, oder was. Genau. Wir warten noch drauf, dass wir die Wami-Aufnahme starten können. Alter, was ist denn hier für ein Gold in der Mitte? Hier, hier, hier. Komm, 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 komm. So nicht, Frau Leine. So nicht, Alter. Als ob du mich noch gekriegt hast. Okay, komm her. Warte, 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 warte. Ja? Denkst du, du könntest den Baro machen? Du kriegst ne Freundschaftsanfrage. Ey! Warum sprichst du nur runter? Ja, ja, labern wir uns. Das ist Kack, Alter. Ich habe nichts gemacht ohne Witz. Ich habe nur Gold. Hallo, ich habe Geschenke. Ich habe Geschenke. Ey, ich komme in Frieden. Bei mir gibt es kein Frieden. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Ey, Alter. Ich schenke dir was und dann tötet die mich. Ohne Witz. Läuft. Ich sage das meiner Frau. Oh. Ja, ich sage das meiner Frau, ey. Ohne Witz. Die kommt vorbei und dann beißt sie. Ey, da wollte ich mal nett sein. Dann kommt die mir so. Ja, ich dachte mir. Ich dachte einmal den Olli verfrügeln. Weißt du, ich bin so blöd und gebe der Gold. Das verwertet sie jetzt auch noch gegen mich. Alter, ohne Witz. Hier, ich leg dir deine 6 Gold wieder dahin. Weißt du, Eilmosen brauche ich nicht. Da pfeife ich drauf auf die Eilmosen. Ach, als ob. Alter. Ja. Ja. Ja, Olli, du willst auf die Tour. Ja. Alter, ein Herz. Irgendwie bist du rum drauf. Ja. Nein. So. In den Kopf. Alter, in... In your head. In your head. Head. Head binging. So nicht, dein Freund. So nicht. Kein Reis hier. Kein Reis ist das hier. Oh, ich bin richtig zurückgebackt grade. ach komm ich nehme mir was zu essen mit da drüben ist es schon wieder hallo ich hab's nicht weil ich hab das gold zu holen weil ich schiss vor dir hab warum kommen so streng richtig auch nicht ich laufe jetzt weg ich wusste es aber selbst dann gerade nein warte mal guck mal da kommen gar keine pfeile raus guck mal ohne scheiß guck mal da ist doch einer hä wo bei mir kommen keine pfeile raus ich kann nicht anschießen warte da passiert nichts neu deswegen triffst du mich auch nicht ich kann nicht mit dem bogen umgehen ja klar ollie ja kannst du auch nicht bester bogenschütze ever kannst du auch nicht was mach ich jetzt das ist ja blöd warte dann geh du noch geh du noch mal zurück komm wir haben keine zeit das ist die aufnahme ewig wir schieten ja hier rum weil wir uns gegenseitig nicht tot machen wollen ja ich habe gar nichts gemacht zehn mal runter ja ja frauen ehrlich wenn du mit dem was abstrichst nichts wird nichts wird aber jetzt jetzt wer gewinnt das geht doch mit dem bogen runter wenn du kannst es haben ihnen dann nach hause und frisst sich da satt alter ein känguru kommt von deinem dach darunter ich bin dachdecker ich habe einen goldapfel ja die ersten runter gab schon getroffen ich fliege und fliege und fliege ja ich würde sagen das war eine kleine aber feine lustige runde wenn es euch gefallen hat das gerne daumen nach oben da ollie ist immer unten verlinkt und dann bis zum nächsten mal gehört zum inventar